Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Der Weihnachtsmann kommt, wie jedes Jahr, ins Behindertenheim. Alle Kinder warten schon. Und er begrüßt sie und sagt, Liebe Kinder, bei mir gibt's zwei Regeln. Die erste Regel, Wer mir ein langes Gedicht aufsagt, bekommt ein großes Geschenk. Wer mir ein kurzes Gedicht aufsagt, bekommt ein kleines Geschenk. Worauf die Kinder schon ganz aufgeregt sind, und das erste Kind, ein Spasszicker, kommt vor auf seinen Schoß und legt los. Liebe Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann stoppt das Kind sofort und sagt, Warte, bei dir gilt meine dritte Regel. Wer mich verarscht, kriegt gar nichts. Der Montagswitz. Ich weiß, der war extrem böse. Aber trotzdem. Ich wünsche euch eine schöne Woche damit. Erzählt ihn weiter. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Und seid nächste Woche wieder dabei. Beim Montagswitz. Ciao. Ciao.